Der Körper hat 206 Knochen, über 650 Muskeln und 400 Sehnen. Kein Wunder also, dass Anatomie eines der gefürchtetesten Fächer ist. Aber keine Sorge, Elsevier steht dir mit vielen innovativen Produkten aus der Sobotta-Familie zur Seite. Der Sobotta-Atlas sollte in keinem Medizinstudenten-Regal fehlen. Er begleitet dich nicht nur während des Studiums, sondern ist mit seinen hochwertigen Detailabbildungen auch im klinischen Alltag dein treuer Begleiter. Über 1800 Abbildungen machen die Anatomie anschaulich. Hier findest du jede Struktur, die du für den PrEP-Kurs brauchst, detailliert und lebensecht. Zusätzlich zeigen klinische Beispiele anatomische Details im Gesamtkontext. Den Sobotta gibt es auch als PrEP-Atlas zum Mitnehmen in den PrEP-Saal mit festem, abwischbarem Papier und praktischer Spiralbindung zum Aufklappen und neben sich legen. So viele anatomische Strukturen, aber wie spielen die zusammen? Hier hilft dir das zum Atlas passende Lehrbuch, die Zusammenhänge wirklich zu verstehen, statt nur Fakten auswendig zu lernen. Anatomie richtig spannend, mit vielen Klinikbezügen und Fallbeispielen, damit du immer weißt, wofür du das eigentlich gerade lernen sollst. Mach Malpause. Strukturen lernen ganz easy mit dem Malbuch Anatomie. Klinische Tipps und Merksätze erleichtern zusätzlich das Lernen. Die Klausur rückt näher, dein Puls steigt. Wir empfehlen dir einen schnellen Faktencheck mit den Lernkarten. Strukturen benennen üben und wichtige Prüfungsfakten wiederholen geht auch im Freibad oder Bus. Deine Begleiter durch Studium und klinischen Alltag mit den Anatomieabbildungen und Lernhilfen in allerhöchster Qualität. My Life, my Sabota.